Mehr Lebensqualität, Villagasa, euer Vermarkt von Wohnungen hier, mein Name Markus Gerber. Ihr wollt viel Platz und eine gemütliche Atmosphäre. Eine 4,5 Zimmer, Dachwohnung mit Galerie, Schweden offen, zwei Badzimmer, eine neue Heizung mit einer Luftwärmepumpe und der Restricht darf natürlich auch nicht fehlen, sodass ihr genug Stauraum habt. Ihr wisst, dass die monatliche Belastung nicht höher ist als 1057 Franken und das mit dem Zins, Nebenkosten und Amortisation. Ihr wünscht eine Besichtigung oder Fragen? Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020